Ich finde es sehr gut. Ich habe gerade gelesen, Amazon versucht jetzt in Frankfurt auf der letzten Meile eine CO2-freie Zustellung der Pakete, in dem die Sendungen mit der S-Bahn klimaneutralen die Stadt geliefert werden und da kommen dann die Auslieferungspersonen, wie gendert man das? Naja, also die Menschen, die dann zustellen mit Elektro-Lastenbikes und verteilen die Waren dann an die Besteller, die Pakete. Finde ich ja erstmal einen guten Ansatz. Man muss ja irgendwo anfangen, ein bisschen an die Umwelt zu denken, CO2 einzusparen und da ist das ja schon mal der erste Schritt. Das ist natürlich gar große Sachen. Also wenn jetzt jemand in vier Reifen oder vier Felgen bestellt oder in einen Kühlschrank oder eine Schlafzimmereinrichtung oder was man alles so bei Amazon bestellen kann oder ein Tuk-Tuk mit Elektromotor oder was es da so alles gibt, das wird natürlich wahrscheinlich dann nicht mit so einem E-Bike geliefert. Da kommen dann wahrscheinlich immer noch Spediteure mit LKWs oder was auch immer dafür dann geeignet ist. Also, wie gesagt, grundsätzlich eine gute Idee. Ich mache mir jetzt keine Gedanken drüber, wie bis zu der Verladestation an der S-Bahn die Pakete geliefert werden. Also die Containerschiffe, die aus China das Zeug dann nach Rotterdam oder Bremerhaven bringen, wo auch immer ausgeladen wird in Europa, ob die so CO2-neutral dann beliefern, lassen wir mal dahingestellt sein, die LKWs, die dann bis zur S-Bahn anliefern. Man darf es alles so ausgleichen, dann weiß ich nicht. Und wo man vielleicht auch ansetzen könnte, um ganz viel CO2 einzusparen, dieser ganze Retouren-Wahnsinn. Ist zwar jetzt ein bisschen ein anderes Thema, da kann ja auch Amazon vielleicht dann teilweise selber gar nichts für, aber tun auch nicht wirklich was gegen. Wenn weniger zurückgeschickt wird, das verursacht ja auch teilweise enorme Belastung. Wenn die Leute das Zeug dann, weil sie es nicht abholen lassen können, aus welchem Grund auch immer, dann irgendwo noch an eine Paketstation oder auf die Post bringen müssen zum Zurückschicken. Viele Retouren, ist ja bekannt, werden ja sowieso vernichtet oder man muss es gar nicht zurückschicken, kriegt das Geld erstattet und bestellt dann entsprechend schon wieder neu und mehr und hast du nicht gesehen. Da wäre dann auch nochmal so ein Ansatz. Da muss sich vielleicht auch Gesetzgeber irgendwo mal Gedanken machen, egal auf Bundesebene oder europäischer Ebene, wie man da dann vielleicht noch mehr verhindern könnte. Und was mich auch noch freuen würde, momentan haben wir hier kein großes Problem. Wir bestellen aber auch kaum was bei Amazon, muss ich auch ehrlich sein. Das sorgt auch mal dafür, dass Auslieferungsfahrer und Fahrerinnen vernünfte Arbeitsbedingungen kriegen. Wir hatten hier auch teilweise welche. Nichts ging aus, um Gottes Willen. Aber wenn da einer vor mir steht, der kein Wort Deutsch spricht und mir noch nicht mehr erklären kann, was er von mir will und mir nur ein Paket hinhält und ich weiß nicht, muss ich unterschreiben, muss ich nicht. Oder wenn man einen Ablageauftrag erteilt, weil man entsprechende Möglichkeiten hat auf dem eigenen Grundstück, wo gesichert und geschützt abgelegt werden kann und die können die Anweisung nicht lesen und dann landet das Paket irgendwo, nur nicht da, wo man es gerne hätte. Das finde ich dann schon schwierig. Wir hatten hier sogar auch schon welche, die konnten so wenig lesen vielleicht, ich weiß es nicht, dass die dann immer bei den falschen Leuten geklingelt haben, weil sie nicht mehr in der Lage waren, den Namen vom Paket mit dem Namen an die Klingel vergleichen zu können. Das ist dann auch immer so ein bisschen anstrengend. Das liegt jetzt aber gar nicht an den Menschen, die bemühen sich vielleicht, die wollen auch nur ihr Geld verdienen. Das liegt am System, dass da zu viele, zu schlecht bezahlte Subunternehmer, noch schlechter bezahlte Subunternehmer losschicken, die ein ganz mies bezahltes Personal losschicken. Und da muss auch mal angesetzt werden. Und muss aber die Köpfe von den Leuten, die einkaufen mal rein, die diese alles kostenlos und mit Preim kriege alles kostenlos geliefert und ich kann ja alles kostenlos zurückschicken. Ja, wie soll denn da noch Geld für die Mitarbeiter übrig bleiben? Irgendwie muss da eingespart werden und das mit Sicherheit nicht auf die Führungsebene von so Firmen. Aber ansonsten, wie gesagt, Ansatz, das mal probieren. Wobei, sind ja nicht die Ersten, die sowas probieren. Es gab da ja schon mehr Versionen, müsst ihr mal googeln. Aber grundsätzlich ist das erstmal okay. Hier auf dem Land funktioniert es nicht, haben wir keine S-Bahn. Und bei den Strecken, die wir gefahren müssen, da verreckt jedes E-Bike nach vielleicht 10% von der Tour, weil die Wege doch weiter sind. Da kann man dann vielleicht über Elektrotransporter nachdenken, die die Post nicht mehr haben will oder so. In diesem Sinne, macht euch einen Kopf, wie ihr selber was für die Natur und die Umwelt tun könnt und überlegt euch, ob ihr alles immer so bestellen müsst oder zu viel und wieder zu viel zurückschickt. Muss auch nicht immer sein. Ich wünsche euch was.